So, ja, Hallöchen erstmal zusammen und jetzt werden sich einige wundern, Uwe, ist das denn im Hintergrund? Oh geil, oh ja, ja, eigentlich habe ich gedacht, dass ich das erst zu Halloween spielen werde, aber da ich weiß, dass ich es morgen in den Händen halten werde, ja, werde ich das Let's Play schon morgen aufnehmen und wann es dann rauskommen wird. Ich denke mal Donnerstagnacht, aller spätestens Donnerstag wird es wahrscheinlich rauskommen. Ich werde von Mittwoch auf Donnerstag ein paar Folgen aufnehmen, weil es soll ja auch schön gruselig abends sein für mich. Und ja, darauf dürft ihr euch freuen, endlich ein Horror-Let's Play. Und ja, natürlich mit Facecam und ja, das wollte ich euch nochmal kurz mitteilen, damit ihr da Bescheid wisst und dann sehen wir uns ja, Denise, dann dort wieder. Also, macht's gut, tschüss!